Und jetzt wie versprochen, hier ist unser zweiter Teil in unserem Ballett-Workout. Also du wärmst erstmal den Fußgelenk und du kreist einmal so und andere Seite. Kannst du auch länger machen und achte nur darauf, dass dein Standbein gerade ist und nicht wackelig. Dann natürlich links auch eine Richtung, andere Richtung kreisen, solange dass deine Füße dann warm werden. Dann stehst du wieder parallel und diese Übung kannst du mit deiner Hand an der Talie machen oder zur Seite. Jetzt mache ich am Anfang mit der Talie und du machst Passe. Öffnest du die Knie zur Seite und nicht mit dem ganzen Körper gehen, sondern das Standbein ist fest, gerade auf dem Boden und die Hüfte sind auch gerade. Öffnest du nur die Knie zur Seite. Zurück und runter. Und das kannst du auch mit deiner Hand zur Seite machen. Und zweiter Schwierigkeitsgrad, kannst du auch die Velopi nach vorne öffnen. Und zur Seite. Okay. Und das alles natürlich machst du auch mit links. Erstmal ohne die Velopi und dann mit auch links. Zweite, dritte Übung, Entschuldigung, machen wir Pique. Pique. So. Zweimal nach vorne, zweimal zur Seite, zweimal nach hinten, erste Position. Zweimal nach hinten, zweimal zur Seite, mal nach vorne, erste Position. Achte darauf wieder, dass die Hüfte gerade sind und nicht mit dem Bein gehen. Also nochmal. Zur Seite, nach hinten, schließen. Hinten, zur Seite, vorne, schließen. Und das alles auch links. Nächste Übung ist wieder erste Position. Und du schaukelst oder wippst dein Bein so locker, locker von der Hüfte, aber fest. Ne? Den unteren Bein ist fest und die Hüfte sind gerade. Und eine Linie. Und erstmal so locker. Und dann mit gestrecktem Bein. Kannst du auch mit Hand zur Seite machen. Okay. Und das auch links natürlich. Und mit gestrecktem Bein auch. Dann nächste Übung. Hast du eine Hand in dritte Position. Und machst du Knie hoch. Knie hoch. Also Knie zur Schulter versuchst du. Und unteren Bein macht Plie strecken. Plie strecken. Zusammen. Hopp. Hopp. Und gestreckt. 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 Also nicht Kopf zu Bein. Nicht so. Ne? Sondern dein Körper bleibt gerade. Und Knie. Knie zur Schulter. Also nochmal. Hopp. Natürlich musst du nicht so hoch. So hoch wie du kannst. Und links auch. Knie zur Schulter. Und dann mit gestrecktem Bein. Und das war's. Ich hoffe du hast Spaß. Und du hast etwas für deinen Körper gemacht.